Der Artikel ist nun im Designer geladen und Sie können diesen mit wenigen Mausklicks individuell gestalten. Dazu klicken Sie mit der Maus auf Motiv aussuchen. Anklicken und es werden die verfügbaren Stickmotive für die Bruststückerei geladen bzw. angezeigt. Je nach Internetverbindung kann dies natürlich ein paar Sekunden dauern. Über die Suchfunktion ist eine schnelle Suche nach Ihrer Hunderasse möglich. Ich gebe jetzt einfach einmal hier Boxer ein. Dann mit der Maus das gewünschte Motiv anklicken und das Motiv befindet sich im Stickbereich. Das Verschieben ist ganz einfach mit gedrückter linker Maustaste möglich. Auch die Farben des Motives können Sie ändern. Dazu einfach hier bei Motivfarbe bearbeiten, Farbe 1 oder Farbe 2 auswählen. Anklicken und dann den gewünschten Farbbutton auch anklicken. Und schon sehen Sie das Ergebnis. Neon-Grün, Gelb, Schwarz, alles was Sie wollen. Ich würde mich für Gelb entscheiden. So. Jetzt habe ich das Motiv platziert. Und kann natürlich auch ohne weiteres personalisieren. Das heißt Text hinzufügen. Dazu gehe ich hier oben auf den Button Text hinzufügen. Klicke darauf. Und meine verfügbaren Textwerkzeuge werden hier links angezeigt. Im Textfeld gebe ich jetzt den Namen, den Zwinger-Namen, die Homepage-Adresse oder was auch immer ein. Ich nenne meinen Hund jetzt einfach Robert. Robert wird dann hier angezeigt. Auch im Stickbereich. Linke Maustaste gedrückt halten. Und Sie können die Schrift verschieben. Farbe ändern. Ganz einfach auf einen Farbbutton klicken. Gelb. Dann ist es genauso gelb wie die Tatze. Und sieht richtig schick aus. Die Textgröße lässt sich mit den Schiebewerkzeugen auf der linken Seite auch verändern. Linke Maustaste gedrückt halten. Und dann hier verschieben. Bei Stickin haben Sie die Möglichkeit, auch den Text zu krümmen. Dann müssen Sie einfach den Schieberegler Krümmung betätigen. Linke Maustaste gedrückt halten. Und einfach mal probieren. Wenn Ihnen das so gefällt, Linke Maustaste loslassen. Und über die Textdrehung positionieren. Das erfordert ein wenig Übung. Aber ich denke, es ist mit ein bisschen Fingerspitzengefühl ohne weiteres realisierbar. Linke Maustaste gedrückt halten. Und schon können Sie den Text hier darunter positionieren. Wenn Ihnen das so gefällt, kann es so bleiben. Ansonsten verschieben Sie das Motiv einfach noch ein wenig. Die Schrift passend dazu. Wenn Sie sagen, Schrift und Tatze sollen nicht die gleiche Farbe haben, Schrift anklicken. Und andere Farbe hier drüben wählen. Nehmen wir Schwarz. Und schon haben wir die Vorderseite fertig. Natürlich können Sie auch die Rückseite individuell gestalten. Dazu reicht es, auf unseren kleinen Artikel-Button hier drüben zu klicken. Und schon wird die Rückseite angezeigt. Analog hier wieder. Motiv aussuchen. Boxer bietet sich in diesem Moment an. Ich wähle mir dieses Motiv ohne eine Schrift dazu. Linke Maustaste anklicken. Und schon wird es hier positioniert. Da uns die Farbe jetzt natürlich nicht so richtig gefällt, würde ich vorschlagen, wir wechseln diese einfach. Farbe jetzt anklicken. Gelb. Und schon ist unser Boxer gelb. Da wir einen Swinger-Namen haben, müssen wir auch hier wieder Text hinzufügen. Im Textfeld eingeben. Swinger von. Der Text hier angezeigt. Wir können den Text drehen. Wir werden den ein wenig der Rückenlinie anpassen. Zumindest versuchen. Das sollte auch funktionieren. Jawohl. Der Maus verschieben. Die Größe ändern. Wir wollen ja auch wissen, wo der hinher kommt. Und die Farbe machen wir jetzt gelb. Gelb anklicken. Natürlich können Sie auch mehr Text angeben. Einfach hier oben links in das Textfeld klicken. Es ist gelb hinterlegt. Von den Saalbergen. Und es wird der Text wieder hier angezeigt. Linke Maustaste gedrückt halten. Und verschieben. Wieder die Farbe ändern. Und schon ist es fertig. Wenn Ihnen das nicht gefällt so gerade, kein Problem. Wir können eine Krümmung anlegen. Und zwar wieder hier gedrückt halten. Und ein kleines bisschen rümmen. Dann drehen wir den Text noch. Und schon denke ich, haben wir es doch richtig schick hinbekommen. So. Über die Schriftart hier links könnten Sie sogar noch die Schriftart ändern. In Arial Rounded. Oder im kommerziellen Script. Aber ich denke, Comic Sans sieht in dem Moment am schönsten aus. Der Preis dieses Artikels wird immer hier unten angezeigt. Das heißt, alles was Sie machen, ist auch definitiv nachvollziehbar. Jede Stickerei, die Sie individuell gestalten, ist im Hintergrund einem Preis unterlegt. So, dass Sie auch sehen, was es am Ende kostet. Wenn Sie auf Artikel wählen klicken, dann hier unten auf Preisdetails, werden die einzelnen Preise auch noch einmal separat für Sie angezeigt. Mit Zwischensumme und Gesamtpreis. Es besteht auch die Möglichkeit, den Arm zu besticken. Hier den linken Arm. Ansicht anklicken. Motiv aussuchen. Boxer. Anklicken. Und schon wird es hier positioniert. Der rechte Arm ebenfalls. Suche anklicken. Boxer ist ausgewählt. Machen wir hier den rechten Arm. Kleines Boxer-Motiv. So. Die Farbe waren gelb. Dann passt es auch zur Vorderseite. Und schon kann es so bleiben. Der Preis wird hier unten angezeigt. Wenn Sie fertig sind mit Gestalten, können Sie den Artikel in den Warengruppe legen. Gefällt Ihnen das hier nicht, ist das auch kein Problem. Dann klicken Sie dann einfach auf das kleine Kreuz klicken, das Motiv wird entfernt und auch der Preis wird wieder zurückgerechnet. Zur Kontrolle einfach nochmal auf die Artikelansicht klicken, dann sehen Sie das. Vorderseite, Rückseite, linker Arm ein kleines Motiv, rechter Arm kein Motiv. Wenn das Ihnen so gefällt, dann einfach in den Warenkorb legen. Hier haben Sie die Möglichkeit, weiter einzukaufen oder zum Warenkorb zu wechseln. Natürlich freuen wir uns, wenn Sie weiter einkaufen. Aber ansonsten zum Warenkorb wechseln und Sie kommen direkt in den Warenkorb. Ich hoffe, wir konnten Ihnen mit dieser kleinen Hilfeanleitung ein wenig die Funktionsweise des Designers erläutern und stehen Ihnen trotzdem oder gerade gern für Fragen unter der Telefonnummer 034463 27581 zur Verfügung. Ich hoffe, wir sehen uns, wenn Sie wiederholfen, dann sehen Sie die Funktionsweise des Designers erläutern. Ich hoffe, wir sehen uns, wenn Sie wiederholfen, dann sehen Sie die Funktionsweise des Designers erläutern.